Vorlesetag! Sind wirklich alle da? Jaaa! Wer fliegt am höchsten? Wir haben ein ganz tolles Buch mitgebracht. Ich kann einfach alles sein. Wir sind echte Erfinder. Aus Pappkartons werden Roboter. Lass mich durch! Ich bin Ärztin! Bra! Oh je, das Häschen hat Windpocken. Wollt ihr alle mal mitschwimmen? Schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen. Ich hab den Krieger angefangen. Oh nochmal! In einer Mondrakete zu den Sternen fliegen. Drei, zwei, eins! Schuuu! Ganz toll!